Ich kann's ja. Ich versuch's mal. Ich hab Bauchreden tatsächlich probiert. Ich kann es, aber du zeigst es nicht gern. Man versteht halt wenig. Hier zum Beispiel. Hey, wie geht's dir? Gut, und hier? Ich mach mal einen Kaffee. Ich fand's super, weil es so präzise war. Ich weiß. Das war so on point. Das können nicht viele. Kann ich den Dackel mal haben? Ich tue, das ist ein Kudel. Ich weiß. Auf die Details. Auf. 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 Wo bist du, Hund? Wo bist du? Ich kann dich nicht sehen in dem dunklen Wald. Auf. 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 Und da bist du. Auf. Ruhig. Sitz. Ruhig. Sitz. 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 Ruhig. Ruhig. Sitz. Beruhig dich. Ruhig. Ruhig. Sitz, hey. Sitz. Der Wachs. Der Wachs. Alles okay. Was willst du mir sagen, Lassie? Alter. Das Messer immer wieder. Denn mir kamen echt schon die Tränen. Und immer wieder und immer wieder. Und dann dieser Hund. Lassie, wo ist das Problem? Hinten an der Scheune. Prinz. An der Scheune? Wo genau? Hinten an hinteren Türen. Scheiße.